Von mir aus hier, an alle Geräte im Jenseits auch, hier aus diesem schönen kleinen Appartement, sowas findet man heute überhaupt gar nicht mehr. Zum Beispiel die Sichtschuld-Evropat-Sammlung. Er kann uns eine ganz außergewöhnliche Fähigkeit, er kann hellsehen. Jo, das kann ich wohl. Hellsehen tue ich mit dieser Kugel hier. Die war übrigens ganz schön teuer, die Kugel. Ja, dann zeigen Sie uns doch mal, wie das mit dem Hellsehen so funktioniert. Jo, muss ich übersinnlich werden, soll ich? Ja, bitte. Gut. Herr Gorgens wird uns jetzt zeigen, wie er hell sieht. Hellblau. Hellgelb. Herr Gorgens, Herr Gorgens, das ist nicht hellsehen. Moment, ich bin doch noch gar nicht fertig. Hellgoland. Und Hellmut. Ich glaube, ich kann jetzt den Fernsehen. Ja. Wirklich? Natürlich nicht. Aber ich kann doch weiß sagen. Lassen Sie es sein. Weiß.